Nach Söhnchen Leo werden die Teilnehmer des nächsten Deutschlands im nächsten oberen Model und ihr Ehemann Lorenzo Leuntinger erneut zu Eltern. Jungen Menschen werden Ende Januar geboren. Eine vierte Sarah und Lorenzo Lutegger werden zum zweiten Mal Eltern. Privat sollte sein kleines Wunder Ende Januar geboren werden, sagte das Paar in einer Erklärung. Privat für den Influencer und ihren Ehemann ist sie bereits das zweite Kind. Privatgelände Deshalb erwarten Sarah und Lorenzo Lutegger ihr zweites Kind. Wir freuen uns, bekannt zu geben, was wir erwarten, sagte der Geschäftsmann und ihr Ehemann in einer Erklärung. Das Paar hat bereits ihren Sohn ihres Sohnes Leo. Baby Joy mit Sarah Leuntinger Nach ihrem Sohn Leo erwarten der Geschäftsmann und ihr Ehemann, der ehemalige Higgs-Schul Lorenzo Leuntinger, junge Menschen wie der Jung. Wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass wir die Erwartung unseres zweiten Kindes haben, gab das Paar in einer veröffentlichten Erklärung bekannt. Und auch, Leo und natürlich können Eltern kaum warten, um unser kleines Wunder Ende Januar in ihren Armen zu behalten. Sarah kann jetzt im vierten Monat ihrer Schwangerschaft übersehen werden und ihr Bauch kann kaum übersehen werden. Grundsätzlich hat sie keine Beschwerden und ist großartig, enthüllt die zukünftige werdende Mutter, mit Ausnahme der Müdigkeit der Schwangerschaft, die von Zeit zu Zeit auftritt. Sarah und Lorenzo, die seit 2013 ein Paar sind, wissen nicht, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sein wird. Wir sind überrascht von dem Genre, sagte das Modell. Folgen Sie Sarah auf Instagram? Natürlich aus dem nächsten überlegenen Modell Deutschlands. Nein, ich glaube nicht. Leo wartet auf die Brüder. Sein Sohn freut sich schon auf den Bruder. Das kleine Chaos weist bereits auf meinen Bauch hin und sagt immer Baby, sagt der 28-Jährige. Ihr Mann und sie sind begeistert. Nach einer vierjährigen Beziehung sagten Sarah und Lorenzo 2017 Jahr. Die beiden heirateten Madonna del Sasso in Locarno T in den Pilgermaulen. Oktober 2020 wurde Leo Antonio geboren und krönte das Glück der beiden. Es ist ein absolutes Kind, sagte Sarah 20 Minuten lang. Es ist ein absolutes Kind, aber es ist ein absolutes Kind.